Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 19 1240 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Zur Beantwortung steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Christine Lambrecht. Ich rufe auf die Frage 1 des Abgeordneten Klaus-Peter Wilsch. Bitte, Frau Staatssekretärin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege Wilsch, für die Frage, die Sie im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Papier der Finanzminister der Niederlande, Irlands, Dänemarks, Schwedens, Finnlands, Litauens, Lettlands und Estlands gestellt haben. Die Antwort der Bundesregierung lautet darauf, eine starke und stabile Wirtschafts- und Währungsunion ist und bleibt ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung, auch im Kontext der Debatte zur Zukunft der EU insgesamt. Es ist gut und richtig und wichtig, dass sich in dieser Debatte auch über diese gemeinsame Zukunft viele Mitgliedstaaten entsprechend aktiv einbringen. Vorschläge der Kommission sind ein Beitrag zu dieser umfassenden Diskussion. Insofern begrüßen wir es, dass die Finanzminister der acht Mitgliedstaaten, die ich aufgezählt habe, ihren Standpunkt deutlich gemacht haben. Auch die neue Bundesregierung wird sich in diese Debatte einbringen. Grundsätzlich teilen wir viele Elemente, die in dem gemeinsamen Papier enthalten sind. Das gilt zum Beispiel dafür, dass über die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion im Kreise aller Mitgliedstaaten diskutiert werden sollte, sowie dass eine starke Wirtschafts- und Währungsunion auf stabilen und wettbewerbsfähigen Mitgliedstaaten aufbaut, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt unser Kompass ist und dass bei der Bankenunion die im Rahmen der Ecofin Roadmap vereinbarte Sequenz zu beachten ist. Zunächst ausreichenden Risikoabbau sicherzustellen, bevor politische Verhandlungen über Risikoteilung überhaupt beginnen können. Dies gilt insbesondere auch für jede Form von EDIS, einschließlich der sogenannten ersten Stufe, also der Rückversicherung. Auch sind wir der Auffassung, dass vor der Einführung neuer zusätzlicher Instrumente geprüft werden sollte, ob nicht eine Nutzung alternativer vorhandener Mittel möglich ist. Eine detaillierte Position zu den einzelnen Elementen werden wir in der Bundesregierung noch gemeinsam auf Grundlage des Koalitionsvertrages erarbeiten. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Herr Präsident, Frau Präsidentin! Wird die Bundesregierung ihre eigenen Vorstellungen zur Weiterentwicklung der europäischen Institutionen und insbesondere der Eurogruppe vorstellen? Wann wird das sein? Sieht die Bundesregierung keine Notwendigkeit mehr zur Beteiligung des IWF an der Lösung von Problemen von Ländern mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten? Also die neue Bundesregierung wird, sie ist jetzt eine Woche im Amt, nach einer internen Beratung selbstverständlich, denn die detaillierten Positionen Ihnen vorstellen. Das wird auch zeitnah geschehen, denn da sind ja auch durch internationale europäische Vorgaben entsprechend zu handeln. Wir halten auf jeden Fall an unserem stabilitätsorientierten Kurs fest. Wie gesagt, werden alle Aspekte, die auch in den letzten Jahren in diesen Fragestellungen schon auf dem Tisch lagen, selbstverständlich in diese Überlegungen mit einbeziehen. Herr Präsident, Frau Präsidentin! Danke schön. Ich verzichte auf die zweite. Dann kommen wir gleich zur Frage 2 des Abgeordneten Klaus-Peter Wilsch zum Volumen notleidender Kredite in den Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion. Bitte, Frau Staatssekretär. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie auch schon in die Fragestellung eingeführt haben. Herr Kollege Wilsch, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, die EBA, veröffentlicht regelmäßig Daten über den Bestand und die Entwicklung notleidender Kredite in den einzelnen Mitgliedstaaten und der EU insgesamt. Danach lag der Gesamtbestand an notleidenden Krediten in der EU im September 2017. Das ist der aktuellste Stand bei knapp 900 Milliarden Euro, exakt 854,4 Milliarden. Die durchschnittliche NPL-Quote, also notleidende Kredite im Verhältnis zum gesamten Kreditbestand, lag bei 4,2 Prozent. Die Durchschnittsbetrachtung ist allerdings nur bedingt aussagekräftig, da sie die unterschiedliche Betroffenheit einzelner Mitgliedstaaten verdeckt. Frau Staatssekretärin, Dr. Markus Krall, ein anerkannter Risikobewerter von Bankbilanzen, von Risiken in Banken, hat in seinem Buch »Der Draghi-Crash« – ich möchte ihn wärmstens empfehlen – dargestellt, dass er 1.000 Milliarden Euro bereits für ausgefallen hält und weitere 1.500 Milliarden Euro als sogenannte Zombie-Kredite bezeichnet. Das sind Kredite, die an Firmen gehen, die eigentlich keinen Kapitaldienst mehr erbringen können und umfallen, sobald sich der Zins nur ein wenig nach oben bewegt. Das heißt also, wenn wir dann über gemeinsame Einlagensicherung reden, reden wir über eine Versicherung, die man abschließen möchte, wenn der Schadensfall schon eingetreten ist. Das gibt es nicht in der Welt. Halten Sie vor dem Hintergrund dieses Szenarios eine gemeinsame Einlagensicherung für vertretbar gegenüber dem deutschen Steuerzahler und Einleger? Also zum einen vielen Dank für die Buchempfehlung. Ansonsten komme ich wahrscheinlich nicht mehr sehr viel dazu, Bücher zu lesen, aber insofern handelt es sich an eine ausgewiesene Fachliteratur. Ich nehme das Angebot sehr gerne an. Die Zahlen, die ich genannt habe, Sie haben jetzt andere aus diesem Buch zitiert, andere Zahlen, die beruhen auf dieser offiziellen Statistik. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass es auch in Zukunft die Aufgabe und das Interesse der Bundesregierung ist, an diesem stabilitätsorientierten Kurs festzuhalten. Deswegen gehört für uns auch das Thema Risikoabbau, auch das habe ich schon ausgeführt, zu den vordringlichsten Aufgaben. Und das werden wir auch bei all unseren Stellungnahmen und auch bei der Einbringung in europäische Vorhaben entsprechend so artikulieren und handhaben. Ich bedanke mich. Sie verzichten auf die zweite Nachfrage. Dann rufe ich auf die Frage 3 des Abgeordneten Peter Böhringer zur Haltung der Bundesregierung zur Vergemeinschaftung der Schulden in der Eurozone. Das setzt allerdings voraus, dass der fragende Abgeordnete auch da ist. Das ist nicht der Fall. Darf ich davon ausgehen, dass ich dann die Frage 4 auch nicht mehr aufrufen muss? Wir verfahren entsprechend unseren Regeln. Und die Antwort entfällt. Ich rufe auf die Frage 5 des Abgeordneten Stephan Schmidt zur Einführung einer Grundsteuer C. Bitte, Frau Staatssekretärin. Ja, vielen Dank. Herr Kollege, der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am 16. Januar 2018 über zwei Verfassungsbeschwerden und drei Normenkontrollanträge des Bundesfinanzhofs zur Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung für Zwecke der Grundsteuer verhandelt. Konkrete Überlegungen zur zukünftigen Ausgestaltung der Bewertungs- und des Grundsteuerrechts einschließlich einer Grundsteuer C hängen natürlich vom Ausgang des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht ab. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sie haben recht, die Grundsteuer A und B ist ja anhängig vor dem Bundesverfassungsgericht. Hier stellt sich allerdings jetzt die Frage, inwiefern die Bundesregierung bereit ist, da in die Planungen einzutreten, die Grundsteuer A und B zu reformieren. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass diese Grundsteuer vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsrechtlich nicht tragbar eingestuft wird und nachdem die Klage auch schon Jahre zurückliegt und ein Vorschlag des Bundesrates, der von 14 Ländern getragen wurde, bislang auch nicht in den Bundestag eingebracht wurde, stellt sich die Frage, ob wenn die Bundesregierung hier weiter zuwartet mit konkreten Planungen, ob es dann überhaupt zu einer tragfähigen Grundsteuer A und B kommt in Zukunft. Und das ist ja doch eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen in Deutschland. Herr Kollege, an Spekulationen über den Ausgang des Verfahrens vom Bundesverfassungsgericht, da haben Sie sicherlich ein Nachsehen, daran beteilige ich mich nicht. Als Rechtsanwältin habe ich da immer den Spruch vertreten vor Gericht und auf hoher See weiß man nie, was kommt. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir sehr wohl natürlich diesen Ausgang des Verfahrens genauestens und auch interessiert beobachten und danach dann eben auch in die konkreten Gestaltungen eingehen. Über die Einführung und Ausgestaltung einer Grundsteuer C wird im Kontext der Gesamtreform dann auch zu befinden sein. Und der Koalitionsvertrag sieht ja eine Neuregelung der Grundsteuer unter Beachtung eben der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vor, der Sicherung des derzeitigen Aufkommens sowie unter Beibehaltung des kommunalen Hebesatzrechts. Von daher können Sie sicher sein, dass wir uns mit Hochdruck, sobald wir dieses Urteil dann auch vorliegen haben, uns an die Umsetzung dessen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dann auch machen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ich muss ja nochmal nachfragen. Wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass die Grundsteuer A und B in dieser Form nicht verfassungsrechtlich tragbar ist, dann fällt für die Kommunen von heute auf morgen eine Einnahmequelle von knapp 14 Milliarden Euro weg. Ich frage Sie, wollen Sie wirklich sehenden Auges jetzt abwarten, bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, auch vor dem Hintergrund, dass es vielleicht ein gutes Zeichen wäre, dass die Bundesregierung schon mal, ja, wie soll ich sagen, Bewegung zeigt, Veränderungen an der Grundsteuer vorzunehmen, um eben auch möglich dem Bundesverfassungsgericht anzuzeigen, dass womöglich ein bisschen Übergangsfrist gelassen wird, bis eine neue Regelung der Grundsteuer A und B umgesetzt wird. Also ich muss mich wiederholen, Sie haben Verständnis dafür, dass ich mich unter der Fragestellung, wenn das wäre, nicht an Spekulationen über ein Urteil beteilige. Aber ich kann Ihnen versichern, dass genau diese Position, dass man eben auf diese Übergangsfristen, die notwendig sind, damit es eben nicht zu der Situation, wie Sie beschrieben haben, kommt, darauf wurde selbstverständlich in der mündlichen Verhandlung hingewiesen. Da waren Vertreter der Bundesregierung anwesend und haben auch auf diese Problematik deutlich gemacht. Ich habe auch den Eindruck, dass das sehr wohl auch so angekommen ist, um ohne jetzt auch in irgendeiner Weise die Einschätzung des Verfassungsgerichts vorzugreifen. Sie können sich auch sicher sein, dass wir diese Problematik sehr wohl nicht nur im Blick haben, sondern dass es selbstverständlich dazu auch intern Überlegungen gibt. Aber ich sage es nochmal, dazu müssen wir dann eben das Urteil abwarten und wir werden in der Lage sein, schnellstmöglich dann auch darauf zu reagieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass Sie schon auch am Ende der Fragestunde großes Interesse haben. Damit wir das hier noch ordentlich abwickeln können, bitte ich Sie aber auch, Platz zu nehmen. Ich rufe auf als letzte Frage in unserer Fragestunde die Frage 6 des Abgeordneten Stephan Schmidt. Bitte, Frau Staatssekretärin. Und ich bitte wirklich alle Kolleginnen und Kollegen, die ihn jetzt nicht fragen, Platz zu nehmen. Herr Kollege Schmidt, die Frage bezieht sich darauf, ob sich das WLTP-Prüfverfahren auf die... Nein, da bin ich verkehrt. Doch es geht darum, welche Maßnahmen wir ergreifen, um angeblich ausfallende Kfz-Steuer nachzufordern. In dem Zusammenhang die Antwort, im kraftfahrzeugsteuerlichen Massenverfahren werden Realemissionen gesetzlich nicht herangezogen und es wäre mit einem vernünftigen Aufwand auch nicht möglich. Die Steuerbemessung erfolgt notwendig typisierend anhand der nach verkehrsrechtlichen Maßgaben festgestellten CO2-Prüfwerte. Die fragliche Steuerfallausschätzung ist daher mehr als hypothetisch und im Ergebnis auch irreführend. Und wegen dieses falschen Ansatzes kann auch von Nachforderungen nicht die Rede sein. Die Bundesregierung erwartet vom neuen sogenannten WLTP-Prüfverfahren, also unter anderen Bedingungen, dass ab dem 1. September 2018 für erst zugelassene Pkw obligatorisch wird, dass die Prüfwerte in Zukunft näher an der Realität sein werden. Aber auch dann wird weiter gelten, dass die nicht zuletzt auch vom Fahrverhalten abhängige Realemission eben für die Kraftfahrzeugsteuer unerheblich ist. So, wir haben die Chance, wenn es kurz geht, noch die Nachfragen zu stellen. Bitte. Ja, meine Frage richtet sich dahingehend, dass ja genau das Problem war, dass auch auf dem Prüfstand der Betrug vollzogen wurde. Das heißt, dass also die Autos, die auf dem Prüfstand standen, in der Theorie falsche Abgaswerte angezeigt haben und damit die Steuerbemessungsgrundlage falsch war. Also vor diesem Hintergrund bitte nochmal die Antwort darauf, wie Sie mit den fehlerhaften Ergebnissen der Prüfungen der Vergangenheit umgehen und welche Konsequenzen das auf die Besteuerung der entsprechenden Fahrzeuge hat. Und insbesondere wer dann gegebenenfalls für die Steuerausfälle, die ja im hohen Millionenbereich entsprechend angefallen sind, aufkommen soll, eben entsprechend die Hersteller der falschen Software oder die Fahrzeugnutzer, die ja an und für sich Steuerpflichtige sind. Also ich habe auf ein Verfahren hingewiesen, das ab dem 1. September 2018 jetzt auch wirken soll für erst gelassene Pkw. Da versuchen wir dann durch diese Neuberechnung eher an diese tatsächliche Situation heranzukommen und darauf dann auch die Besteuerung zu begründen. Allerdings beschreiben Sie eine Diskrepanz zwischen der theoretischen Prüfung und der Realemission. Ich muss mich da nochmal wiederholen zu der Antwort auf die erste Frage. Die Realemission spielt eben bei der Besteuerung keine Rolle. Wenn Sie noch eine zweite Nachfrage stellen wollen, können Sie es tun, kurz und knapp. Aber vorher bitte ich die eingetroffenen Mitglieder der Bundesregierung, ihre Plätze einzunehmen und den Gang dort nicht zu verstopfen. Und die Abgeordneten, welche noch stehen, auch sich ihren Platz zu suchen. Kurze Nachfrage bitte. Ja, meine zweite Nachfrage. Sie haben recht. Es wurde bisher bemessen auf der theoretischen Grundlage. Nochmal, die Betrügereien fanden ja auch auf dieser theoretischen Grundlage statt. Und damit sind der Bundesrepublik bislang deutlich Steuereinnahmen aus der Kfz-Steuer entgangen. Ich frage Sie, wollen Sie das weiterverfolgen oder verzichten Sie einfach auf diese Steuereinnahmen, die Sie ja eigentlich erheben müssten und die ja auch Grundlage von Steuergerechtigkeit wären, wenn in der Vergangenheit, wie soll ich sagen, diejenigen, die betrogen haben, diejenigen, die nicht ehrlich waren, jetzt weniger Steuern zahlen müssten, beziehungsweise weniger Steuern bezahlt haben, als sie an und für sich zahlen müssten? Also ich glaube, es ist deutlich, dass an diesen Betrügereien die Kfz-Halter nicht beteiligt waren, denn die hatten keinen Einfluss auf diese Manipulation. Deswegen hat die Bundesregierung auch nicht vor, diese über die Kfz-Steuer zur Heranziehung des von Ihnen beschriebenen Schadens in Anspruch zu nehmen. Was wir vorhaben, das habe ich Ihnen beschrieben, dass ab dem 1. September 2018 eine neue Berechnung in Kraft treten wird für dann erst zugelassene Fahrzeuge. Danke, Frau Staatssekretärin. Wir sind damit am Ende der Fragestunde. Die übrigen Fragen werden entsprechend unseren Regeln schriftlich beantwortet. Es betrübt mich sehr, dass der Herr Bundesminister Scholz mich nicht gehört hat und immer noch steht. Ich bitte, die Plätze einzunehmen und wir wechseln hier vorn im Vorsitz. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Auf diekennend! Vielen Dank.